Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir gedacht, meine Vlogs sind einfach viel zu langweilig. Deswegen habe ich mich für diesen Vlog etwas extra Explosives ausgedacht. Also ich hole unten einen guten Clickbait. Irgendwas, wo ich richtig einen neuen Titel schreiben kann. Und irgendwas, wo ich die 500 Euro denn verheirren kann. Und ich glaube, ich weiß noch genau, was ich machen werde. Und wahrscheinlich warst du es auch schon. Aber wie baut man eine Bombe? Brauche erstmal einen Plan. Und ihr normaler Mensch, suche ich nach diesem Plan in der Wüste. Ich finde hier nichts. Hm, naja. Ich hätte nichts gefunden. Ich hatte diesen komischen Flame Master. Der hat doch irgendwie so einen Plan oder so. Okay, ich stehe jetzt hier vor der Tür. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Plan. Wem kostet der? Du bezahlt dein Leben. Okay, nice. Jetzt sieht es nicht billig aus irgendwie. So, nachher in der Arbeit. Wir geht's fertig. Das will ich gleich. Ich darf nachmachen. Ja, irgendwie ein bisschen anders. Fuck, 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 fuck. A few moments later. Das war nur ein Traum. Und ich hatte eine Kamera in der Hand. Vielleicht war dieser Traum eine leere. Ich sollte nicht irgendwelche gefährlichen Dreckssachen machen. Nur für ein bisschen Clickbait. Hm. Also jetzt nur noch. Bruder Content. Lustige Witze. Haha. Wobei eigentlich ist das ganz nice so. Ich bin ein Campionater Go. Ich habe ein Flussinstrument. Ich kann auch einen Affen nachmachen. Das sind fucking Affen. Das war nicht so. Also einen Fluss Vier kenne ich ja schon. Aber einen Fluss Delta. Wollt ihr das sehen? Das ist übrigens unser neuer Fernseher. Nur hier. Mach das hier eigentlich. Oh, scheiße. Beste Sandwich. Alter, dieses ganze Sandwich machen macht mich einfach komplett durstig. Ich kriege ja am besten ein bisschen Wasser. Das ist aber kein Wasser. Da, wo ich hier komme, habe ich das so. Ich habe gerade mal am Schreibtisch hier so. Das war eine wichtige Erinnerung. Meine Schule hat neue Bildschirme bekommen, aber jetzt müssen die Alten weg. Fanden die nicht so gut. Adi Beten. Adi Beten. Oh Junge, ich bin jetzt im Block drin. Endlich. Endlich. Lebensraum. Es kommt ein richtig krasser Mulder-Porn heraus. Das ist echt. Ich will mich auch ein Kreis machen, danke. Schau das Kabel. Warum hört sie so ab? Futterfutter. Ich weiß nicht. Ziem Frage, ne? Ich habe mir gedacht, ab heute achte ich auf meine Gesundheit. Deswegen esse ich jetzt nur noch einen einzigen Twix pro Tag. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich lerne jetzt ein bisschen. Aber weil ich ein Profissional YouTuber bin, habe ich angefangen, David Doe Sorg zu gucken. Ich bin jetzt bei 557 hier. Die Tränen sind führt. Wenn du die letzten drei Vlogs, die ich angeguckt hast, kannst du dich hier oben angucken. Jetzt geht es weiter. Ich glaube, ich komme hier nie wieder raus. Aber das Buch muss doch irgendwas nicht hinweist sein. Ich habe schon irgendwas übersehen. Ich hole mal ins Buch rein. Das sehe ich jetzt nicht so. Vielleicht, wenn das was da drinsteht oder wie weiter. Was ist das denn? Vielleicht kann ich jetzt halt freisägen hier. Und bin ich da nicht so, wie hier mit dem Glas hier, mit der Säge. Mit dem Teil geht auch nicht. Das sieht gar nicht gut aus. Guten Tag, ich esse jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Erdnussbutter. Jetzt habe ich hier ein Erdnussbutterbrot. Ich wollte gerade das Brot essen. Schreibt mir mal irgendeinen Challenge in die Kommentare, die ich machen soll. Weil ich habe mal gebrüht drauf, mal irgendwie Challenge machen oder so. Das ist gar nicht so süß, wie ich dachte. Erdnussbutterbrot ist im grünen Bereich. Mann, das ist ein Lassertour für Computer. Du kannst auch keine Musik machen. Fick dich. Alter, du bist heute so aggressiv. Wahrscheinlich sagtest du auch direkt was Aggressives. Fick dich, Jonas, du dummer Dreckstab. Alter, wie hast du das gemacht? Was willst du mal werden, wenn du älter bist? 35. Riesen immer so lustige Vlogs. Wenn du die, die dich schon angeguckt hast, kannst du die anderen wieder angucken. Guck einfach irgendwas an, ja? Dankeschön. Tschüss.